So, da haben wir das Ziel und da haben wir das Dreckspissen-Teil, was nicht funktioniert. Oder wo ich, ja, wo ich vielleicht auch ein bisschen zu doof bin, um das zu bedienen. Also, merkt euch, ne, wir sehen uns gleich wieder. Ich setze es an, ne, kurzer Zwischenstand, ich bin schon wieder leicht genervt, da hat's noch funktioniert und hier sieht's schon wieder andersrum aus, ne, falls ihr es erkennen könnt. Ich mach die Dosen irgendwie immer von außen kaputt, anstatt von hier oben. Weiter geht's. Ich hab's halb geschafft, jetzt muss ich's irgendwie versuchen aufzuhebeln, weil irgendwie kann ich den Dosenöffner hier nicht mehr so dran setzen. Ich scham es. So, falls man das erkennen kann, ich hab da drauf rumgehämmert und bin jetzt nass von dem Erbsen mit Möhrensaft. Aber ich denke, dass ich das vielleicht mit einer Hebelwirkung hier, wenn ich mit der Gabel da reingehe, dass ich dann die Sachen, die da drin sind, so rausschaben kann. Ja, also ich denke mal, ich werde noch zum Essen kommen, da mach ich mir keine Gedanken, aber es ist nunmal scheiße mit dem Shit-Ding. Okay, gut. Der Beweis halt, ne, Frau, äh, Frau ist zu doof. Zumindest Frau Laura. Okay. Okay. So.